Willkommen zu einer kleinen Let's-Show-Serie. Jo, Freunde, mal was ganz anderes, beziehungsweise ich habe es vor ein paar Jahren schon mal gezeigt, nämlich das gute Spiel Travian. Ich glaube, vor so zweieinhalb Jahren habe ich das letzte Mal gespielt, damals noch die dritte Version. Ich habe die zweite und die dritte Version ziemlich intensiv und lange gespielt und das ist für mich eigentlich ungewohnt, denn normalerweise zocke ich überhaupt keine Browser-Games, aber bei Travian, das ist irgendwie die große Ausnahme. Und jetzt, beziehungsweise gestern, ist die fünfte Version erschienen und sie nennen es nun auch Travian Kingdoms und genau das möchte ich jetzt mal Blind, also Half-Blind mit euch entdecken. Und darüber hinaus, wenn ihr euch auch auf diese Welt registriert, ist ja alles kostenlos, können wir eventuell zusammenspielen. Also ich habe hier jetzt so vier Parts geplant, die ersten zwei drehe ich jetzt ab und in den nächsten zwei könnten wir eventuell schon irgendwas zusammen machen, denn das Zusammenspiel ist in Travian natürlich großgeschrieben. Es handelt sich hier um ein Strategiespiel. Man kann sein Städtchen aufbauen, man kann kämpfen, man muss kämpfen, man muss sich verteidigen, aber was rede ich hier lang drumherum? Ich zeige es euch jetzt einfach mal, warum mir das Spiel so gut gefällt und ich hoffe, dass Travian Kingdoms mindestens genauso gut ist wie seine Vorgängerversion. Also, Oben Peter, wir starten jetzt einfach mal. Wir müssen uns am Anfang ein Volk aussuchen. Der Gallia ist so der typische Verteidigungstypi. Da steht es auch für Anfänger gut geeignet, sehr stark in der Verteidigung, effiziente und schnelle Kavallerie. Ich bin bisher immer ein sehr großer Gallia-Fan gewesen, muss ich sagen. Dann gäbe es hier noch den Römer. Der Römer ist für erfahrene Strategen, sehr starke Truppen, lange und teure Ausbildungsdauer und deswegen mag ich ihn nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, er kann sehr effizient und stark sein, aber die Truppen, die sind so schweineteuer, darauf habe ich keinen Bock. So, wen ich aber sehr mag, ist der Germane. Für aktive kriegerische Spiele äußerst stark im Angriff, günstige Infanterie. Also, er ist so ein bisschen der Hau-drauf-Rusher-Typ, wo man ganz schnell in die Offensive gehen kann. Jetzt frage ich mich, was wir denn jetzt am besten spielen. Germane oder Gallia? Ich kann mich da immer so schlecht entscheiden. Aber ich würde sagen, da das hier ein Let's Show ist, ist ein Germane vielleicht interessanter und deswegen werden wir uns hier jetzt als Germane registrieren. So, da schneide ich euch mal kurz raus. Jetzt muss ich nämlich das ganze Gedöns noch eingeben. Jo, oder vielleicht auch nicht. Das haben sie ja auch ganz niedlich gerade gemacht hier. Du willst uns von den Räubern befreien? Sehr mutig. Welchen Namen soll ich auf deinen Grabstein schreiben? Gut, dann gehen wir natürlich den guten Algen John McLeod hier ein. Das passt auch wunderschön auf den Grabstein. Boah, das war aber jetzt laut. Naja, endlich Frischfleisch. Dieses Gebiet ist ja in Räuberhand, Junge. Okay, befreie das Dorf. Greife das besetzte Dorf an. Das Dorf dort drüben wurde von Räubern überfallen. Die Dorfbewohner sind gefangen. Befreie sie. Okay, haben sie eine richtige Story eingebaut jetzt. Das gefällt mir schon mal. So, Truppen schicken. Ah, das ist viel schicker wie früher, sag ich euch. Also ich weiß nicht, ob ihr euch mal die angeguckt habt, die früheren Versionen. So, das Dorf von John McLeod. Räuber versteckt von Räuber. So, ich habe hier, hier sieht man meine Truppen. Ich habe zwölf Keulenschwinger mit 40 Attacke, 20 Verteidigung. Ansonsten habe ich nichts außer noch meinen Helden. Ich werde die jetzt mal verschicken. Ach, herrje ist das laut. Ich muss mal ein bisschen leiser bei mir drehen. So. Sieg. Ja, wer hätte es gedacht. Das ist jetzt natürlich alles nur so für den Anfang so ein Showdingens. Danke, du hast unser Dorf befreit, edler Held. Doch die meisten Räuber sind auf einen Raubzug und kommen bald zurück. Bitte hilf, uns das Dorf zu verteidigen. Wir sind also jetzt gerade quasi in einem Tutorial. In Travian ist es so, dass man sein Dorf natürlich ausbauen kann. Ich klicke jetzt mal mich hier rein zum Dorf. Nee, darf ich nicht. Doch, darf ich. Das sieht einfach schön aus, muss ich sagen. Zunächst musst du die Mauer wieder errichten. Sonst sind wir den Angriff den Räubern schutzlos ausgeliefert. Genau, wir haben hier unterschiedliche Möglichkeiten. Wir können entweder einen freien Platz anwählen und können dann unterschiedliche Gebäude bauen. Man kann hier in der Beschreibung, das zeige ich euch dann noch, kann man dann immer lesen, was das überhaupt bringt und so weiter und so fort. Es gibt wirklich jede Menge, wie man sieht. Aber nein, wir gehen jetzt mal die Story nach. Verteidige das Dorf, baue einen Erdwall. Also damit meinen sie das hier natürlich. Das sieht wirklich ganz schön ramponiert aus. So, Erdwallstufe 0. Der Erdwall schützt deine Siedlung vor Angriffen. Je weiter der Erdwall ausgebaut ist, desto höher ist der Verteidigungsbonus und die Grundverteidigung des Dorfes. Genau, und das wollen wir jetzt aufwerten. Das kostet allerdings Rohstoffe. Rohstoffe müssen wir in diesem Spiel auch sammeln. 120, 200, das dürften wir ja haben. Jetzt ausbauen, jawohl. So, Bau erfolgreich. Bau gestartet, Gebäude fertig. Normalerweise dauert das immer eine Zeit, aber wahrscheinlich jetzt für den Anfang noch nicht. Jetzt müssen wir zusätzliche Militärinheiten zur Verteidigung ausrüsten. Baue dazu eine Kaserne. Ich finde das niedlich gemacht hier mit dem Tutorial. Wieso muss ich hier eine Kaserne bauen? Ich will sie hier bauen. Jaja, da ist die Kaserne. So, Kaserne. In der Kaserne können alle Fußtruppen ausgebildet werden. Je weiter die Kaserne ausgebaut ist, desto schneller wird die Truppe ausgebildet. Und da stehen jetzt auch die Voraussetzungen. Man braucht nämlich dafür ein Hauptgebäude auf Stufe 3 und ein Versammlungsplatz auf Stufe 1. Das scheine ich schon zu haben, wenn ich es bauen darf. Ja, anscheinend. Ja, hier ist nämlich der Versammlungsplatz und hier ist unser Hauptgebäude. Okay, mit der Kaserne kannst du nun Truppen ausbilden. Die Sperrkämpfer... Moment, jetzt habe ich gerade ein Soundproblem. Ich höre mich so seltsam. Okay, nee, passt. Hoffe ich. Ich muss mal kurz was schauen. Moment. Ja, passt alles. Okay. Die Sperrkämpfer sind ausgezeichnet in der Verteidigung. Okay, das wollen wir uns mal genauer anschauen. Wir klicken mal in die Kaserne rein. Und siehe da, hier können wir tatsächlich Einheiten bauen. Und Keulenschwinger und Sperrkämpfer stehen uns momentan zur Verfügung. Sowas wie ein Axtkämpfer geht noch nicht, weil da die Voraussetzungen einfach noch fehlen. Wir können uns auch die Werte vergleichen. Hier sehen wir es ja, der Keulenschwinger, 40 Attacke, 20 Verteidigung gegen Infanterie und das ist 5 Verteidigung gegen Reiterei. Das ist eine Tragfähigkeit. Das wird später wichtig, wenn wir auf Beutezug gehen. Die Geschwindigkeit ist natürlich auch von Interesse und der Getreideverbrauch. Also jede Einheit verbraucht auch wertvolles Getreide. So, also wie wir sehen, zur Verteidigung lohnt die sich nicht. Der Sperrkämpfer jedoch, vor allem gegen Reiterei, der sieht da richtig scharf aus. Wir können jetzt, so, ich muss mir auch ein bisschen erstmal reinfrieren mit dem neuen Interface hier. Hier kann ich anscheinend wählen, wie viel ich bauen möchte. Kann das sein? Ja, was ist das für ein Button? Wird mir gerade nicht verraten. Na gut, dann werde ich das jetzt mal ausbilden. Hier sehen wir auch die Dauer, wie lange das dauern wird. Und die Gesamtkosten. Wo sind denn eigentlich unsere Rohstoffe? Also die, wo wir gerade haben. Na gut. Vielleicht will ich einfach zu viel am Anfang. Oh nein, die Räuberhotten stehen schon vor den Toren. Mensch, die sind aber schnell. So, hier sehen wir jetzt, ein Angriff kommt, ein ankommender Angriff in Null. Und ja, das ging jetzt natürlich schnell. Aber wir haben gesiegt. Kämpfe verlaufen relativ automatisch, aber es wird natürlich entgegengerechnet. Je nach Truppenstärke und unseren Truppen und so weiter. Du hast unser Dorf gerettet. In alter Tradition hängen die Bilder unserer Helden in der Ruhmeshalle des Dorfes. Ein Maler steht schon bereit, ein Portrait von dir anzufertigen. Oh yeah, jetzt geht es hier zur Charaktererstellung. Wir haben nämlich einen Helden. Ich mache mir natürlich einen Kerl hier. Ich sagte, ein Kerl. Das sieht ja furchtbar aus. Tja, so mit Bader wäre ich wohl nicht drum rum gekommen, ne? Naja, fast. Ach Gott, ey. Die Frisur. Wartet mal, da muss man doch was machen können. Ähm, Frisur. So. Ach Gott. Das ist interessant, was man da jetzt alles für Möglichkeiten hat. Also einen schönen Kerl werden wir hier wahrscheinlich nicht hinbekommen. Aber schwarze Haare wäre schon mal cool. So. Ohren. Ja, die sehen wir doch eh nicht. Ist doch egal. Aber süß gemacht, süß gemacht. Ein bisschen böse Augen so ein bisschen. Der guckt irgendwie so doof. Ähm, die gucken halt, also sag mal, kannst du doch böse oder normal wenigstens gucken? Na gut, dann lassen wir mal, ähm, oh Gott, ist das furchtbar. Nehmen wir mal die. Ähm, so, Augen. Augen braun. Das ist doch eigentlich, äh, da, da. Das sieht, das sieht okay aus. Das können wir so lassen. So, der Mund, der ist eigentlich in Ordnung. Äh, äh. Hm, okay. Warum nicht so? So, Nase. Hm, 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 irgendwas Kleines, oder? Ich sag, äh, ja, ja, sieht da doch noch was aus. Jetzt gefallen mir nur die Augen nicht. Können wir vielleicht doch blaue Augen machen? Ähm, normale blaue Augen. Ja, so, das sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus jetzt. So, okay. Ja, das ist in Ordnung. Änderung speichern. Das Gemälde sieht prächtig aus. So, stelle ich mir einen wahren Helden vor. Ja, danke. Äh, die Dorfbewohner haben schon lange nichts mehr gegessen. Um das Dorf herum liegen üppige Felder. Setze sie wieder in den Stand. Jo, okay. Hier bauen wir ja unsere Gebäude und so weiter. Das hat nichts mit den Rohstoffen zu tun. Unsere Rohstoffe machen wir wahrscheinlich hier. So, das sind unsere Rohstoffe. Hier die Getreidefelder. Hier können wir Holz abbauen, Eisen und Lehm. Alle diese Felder können wir ausbauen. Wir sollen jetzt halt erstmal das Getreide machen. Das ist alles jetzt erstmal auf Stufe 5. Ich glaube, maximal geht es bis Stufe 10. So war es zumindest früher. Und ja, momentan ist Stufe 0. Erhöhung bei Stufe 1. Und dann haben wir schon 5 Getreide in der Stunde, das wir bekommen und nicht mehr 2. Hier sehen wir auch jetzt mal unsere Rohstoffe, die wir momentan haben. 600 von allem. 800 ist das Maximum. Wir können das Maximum auch noch erhöhen. Und hier unten die Plusanzahl zeigt uns, was wir für einen Zuwachs haben pro Stunde. Glaube ich zumindest, dass das so ist. So, wir steigern das jetzt mal. Das dauert dann auch seine, ich glaube, 20 Sekunden, wenn ich das richtig sehe. Ist am Anfang noch eine relativ schnelle Sache. Später kann man da auch mal Stunden warten, bis so ein Gebäude fertig ist. Es ist halt ein Browser-Spiel, dass man irgendwann auch erstmal nichts mehr machen kann, weil einfach die Rohstoffe leer sind und man warten muss. Also es ist am Anfang zumindest noch nicht so der gigantische Zeitfresser. Doch je länger man das Spiel spielt und vor allem, wenn man dann in gewisse Gilden und Clans reingeht und dann mit denen Angriffe plant oder so, dann wird das eine richtig große Nummer. So, machen wir erstmal weiter. Seid jeher ist unser Dorf Teil eines Königreichs. Als neuer Herrscher hast du die Möglichkeit, ihn zu verraten und selbst König zu werden oder mit ihm zusammen für Sicherheit im Königreich zu sorgen. Okay. Wirst du König oder Stadthalter sein? Das ist jetzt neu. Das ist jetzt neu eingebracht, das kenne ich jetzt noch nicht. Sieben Tage Anfängerschutz oder ein Tag Anfängerschutz. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir in diesem Anfängerschutz nicht angegriffen werden können, weil wir uns erstmal aufbauen wollen. Also Stadthalter, plündere die Verstecke von Räubern, finde wertvolles Diebesgut, freie Wahl deiner Strategie, für alle Spieler geeignet. Oder König, das ist jetzt neu, da hat man nur einen Tag, schütze deine Stadthalter vor Angriffen und werde durch Tribute belohnt, sammle Schätze und vergrößere dein Reich für erfahrene und aktive Spieler. Das klingt natürlich sehr interessant. Ich glaube, ich werde dann mal als König spielen. Ist natürlich nicht unbedingt zu empfehlen, aber weil ich ja nur vier Parts mache, möchte ich euch gerne auch mal zeigen, wie es ist, wenn ich angegriffen werde. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir nur einen Tag Anfängerschutz haben. Also ich spiele dann mal als König, ne? So, die Entscheidung. Beschütze als König deinen Stadthalter und erweitere dein Reich. Wenn es dir gelingt, deinen Stadthalter zu führen und zu schützen, werden sie dir treue Gefolgsleute sein und dein Königreich wird erblühen. Jawohl, zum Königrönen. Lala, so schnell wird man König. Du bist nur dein König. Das ist eine große Verantwortung. Jetzt motz nicht. Fühle nun das Formular zur Gründung deines Königreichs aus. Ah ja, jetzt können wir den Account überhaupt erst mal erstellen. Dafür werde ich euch jetzt mal ganz kurz ausblenden. Okay, also, das ging ganz schnell. E-Mail-Adresse, Passwort festlegen. Fertig ist der Spaß. Dann ist man registriert hier. Ist natürlich wichtig, wenn ihr eine Spielpause macht und euch dann später wieder anmelden wollt. Ihr könnt übrigens pro Welt immer nur einen Account haben. Das ist wichtig. Also, es gibt hier auch gewisse Multi-Hunter, die suchen danach, wenn ihr da irgendwie, keine Ahnung, zwei Dörfer hochziehen wollt und euch da gegenseitig aufpumpt. Das ist natürlich nicht erlaubt. Beziehungsweise, was heißt zwei Dörfer? Man wird später noch mehr wie ein Dorf haben. Aber das ist noch Zukunftsmelodie. Dein Königreich wurde gegründet. Um Dörfer eines Königs herum verlaufen die Gebietsgrenzen des Königreichs. Doch dazu braucht ein Dorf eine Schatzkammer. So. Also, Bauer eine verborgene Schatzkammer. Das können wir natürlich gerne tun. Ich würde euch aber gerne mal, bevor wir hier mal weiter questen, noch ein bisschen mehr zeigen. Also, wie gesagt, hier die Rohstofffelder, das haben wir jetzt auf 1 aufgewertet. Deswegen ist hier auch ein Plus 17 jetzt. Ein bisschen besser. Und die Rohstoffe sind gerade voll. Also, ich sollte jetzt wirklich auch noch was bauen. Ansonsten, ähm, ne, klar, die, 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 hier plus 20, die verfliegen. Wenn das voll ist, ist logisch. Deswegen, ja, gut, ich baue eine Schatzkammer. So, wo haben wir sie denn? Ähm, ach, da ist sie ja. Die verborgene Schatzkammer. Die verborgene Schatzkammer kann in eine aktive Schatzkammer umgewandelt werden. Eine aktive Schatzkammer erzeugt Einfluss und lagert Schätze. Ist mir jetzt auch neu. Früher gab es einfach nur die Schatzkammer und keine verborgenen. Voraussetzung Hauptgebäude auf Stufe 3. Das haben wir ja schon. Auch ganz schön teuer, muss ich sagen. Aber gut, das machen wir jetzt einfach mal. So. Bau gestartet, Gebäude fertig. Ja, okay. Eine verborgene Schatzkammer kann noch keine Schätze lagern. Verwandle sie in eine aktive Schatzkammer um. Ja, okay. Dann werde ich diesen Umbau mal in Auftrag geben. So, hier können wir umbauen. Das kostet ja auch anscheinend nichts. So, umbauen. Die Umbaumaßnahmen dauern noch. Ist jetzt alles, wie gesagt, abgekürzt. Normalerweise hat man hier doch einige Minuten, die man warten muss. Das finde ich ganz gut gemacht für den Anfang. So. Unser Königreich verfügt jetzt über ein Gebiet. Allerdings haben die Räuber während ihrer schrecklichen Besatzungszeit die Umgebungskarte des Dorfes zerstört. Setzen Sie sie wieder zusammen, damit wir uns ein Bild von unserem Königreich machen können. Ernsthaft? Die... Okay, das ist jetzt auch neu, dass wir hier ein kleines Winni-Spielpuzzle haben. Ja, meinetwegen. Kann ich die jetzt einfach so rumtauschen? Ah ja, okay. Okay, also sowas könnte ich jetzt eigentlich verzichten. Aber okay, wenn Sie meinen. Man sieht ja durch den Rand relativ einfach, wie das gestrickt ist. So, bist du zufrieden jetzt? So, wo möchtest du dein Dorf gründen? Ja, okay. Du startest in der Richtung mit den meisten freien Gebieten. Wenn du später weitere Dörfer gründest, kannst du die Richtung frei wählen. Die Richtung hat keine Auswirkungen, wenn du dir allzu nicht sicher bist. Mach dir keine Sorgen. Es gibt keine falsche Entscheidung. Genau, also es ist halt eine riesengroße Weltkarte, wo auch die anderen Spieler drauf sind. Und es ist jetzt die Frage, wo wir sein wollen. Und wenn ihr mit mir spielen wollt, werte Freunde, dann solltet ihr mit mir auch eine gewisse Himmelsrichtung angehen. Und ich überlege gerade, wo wir hingehen. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen in den Süden. Also, ich werde den Link sowieso verpacken, wo man das hier spielen kann. Wenn ihr Bock habt, mit mir zu zocken, dann wählt bitte auch den Süden. Dann haben wir eine Chance, eventuell zusammen zu agieren. So, du wirst dein erstes Dorf im Süden gründen. Wenn du später weitere... Ja, das weiß ich doch. So. Großartig. Auf der Karte kannst du jetzt ein Königreich sehen. Dörfer, die sich innerhalb deines Gebiets befinden, sind deine Stadthalter. Deine Aufgabe als König ist es, sie zu beschützen. Das Dorf, eines deiner Stadthalter, wird immer wieder von Räubern angegriffen. Schicke dort Truppen zur Unterstützung hin, um es zu beschützen. Okay. Können wir machen. Also, finde deinen Stadthalter auf der Karte. Wir haben jetzt unser Dorf kennengelernt. Wir haben unsere Rohstofffelder kennengelernt. Jetzt gucken wir uns mal die Umgebungskarte an. Jo, und so schaut das aus. Das hier ist dieses NPC-Dorf, das ich, ja, auch ein bisschen beschützen soll und unterstützen schicken soll. Das ist jetzt natürlich, ja, wie schon gesagt, ein NPC-Dorf zum Tutorial. Wir werden später hier andere Leute haben, die ihre Dörfer gründen. Und dann ist es wichtig, Allianzen zu bilden mit denen. Oder man ist halt auf Feindschaft und versucht, sie fertig zu machen. Ich gucke mich gerade mal ein bisschen um. Hier zum Beispiel ist, hier sind schon ganz viele Leute, muss ich sagen. Hier habe ich einen, die Wildsau, alles klar. Okay, na, kommt halt darauf an, was ihr für ein Spielertyp seid. Also ich, man könnte jetzt zum Beispiel die anschreiben. Ich gucke mal kurz, ob ich das darf. Also klar, man könnte Truppen hinschicken oder wir könnten ein Feld markieren. Man kann aber irgendwie auch den zutexten. Ich bin mir nur gerade nicht sicher. Nee, ich will die nicht angreifen. Ich wollte eigentlich, man kann auf jeden Fall auch diplomatisch vorgehen und sowas wie sagen, ja, hallo, auf gute Nachbarschaft. Man kann versuchen, sich nicht anzugreifen. Es gibt diese sogenannten NAPs, also diese Nicht-Angriffspakte, oder halt noch besser, man ist zusammen in einer Allianz und kämpft gegen andere Allianzen und so weiter und so fort. Es ist ein sehr komplexes Spiel, ihr merkt schon. Hier haben wir auch Oasen. Da sehen wir ein paar Tiere drin. Wenn wir die Oasen freiräumen würden mit unseren Truppen, dann würden wir diese Rohstoffe bekommen. Hier 25% Getreide und Holz. Das ist eigentlich ganz cool, dass ich hier so viele Oasen hier gleich nebenan habe. Das gefällt mir. Das hier sind typische Felder, wo man halt wieder Eisen und Getreide herbekommen kann. So, aber gut, wir gehen jetzt endlich in unser NPC-Dorf. So, also ich soll hier Truppen schicken, ja. Zur Unterstützung aber wohlgemerkt. Mal gucken. So, wähle deine Truppen. Ja, natürlich die Sperrkämpfer, weil die in der Defensive gut sind. NPC-Dorf, NPC-Vassal. Okay. Hier. Hier kann man die unterschiedlichen Dinge wählen. Zur Unterstützung. Dann kommen sie natürlich in freundlichem Sinne. Als Angriff. Dann greifen sie alles an, was in diesem Dorf drin ist, an Truppen. Ein Raubzug. Da geht es nicht darum, dass sie, ja, größtenteils nur angreifen und die Soldaten bis zum letzten Mann töten, sondern, dass sie nur einen gewissen Teil töten. Und natürlich können die auch getötet werden, wenn da Verteidigung drin steht. Und sie klauen Rohstoffe. Und das ist ganz, ganz wichtig bei Travian, dass man Raubzüge begeht, um schneller wachsen zu können. Wenn man sich nur auf seine Rohstofffelder verlässt, ist das ein bisschen blöd. Spionieren. Du kannst nur mit einer, das ist auch interessant, da kann man natürlich gucken, was hat der überhaupt so für Rohstoffe, was sind da für Truppen drin. Das kann, das kann man dann richtig so undercover machen, es sei denn, man wird entdeckt. Das ist auch möglich. Und eine Belagerung. Du kannst nur ab 1000 Einheiten inklusive mindestens einer Rahmen eine Belagerung starten. Aber das macht man erst viel, viel später. Diese Einheiten hier, die, wie gesagt, die werden jetzt zur Unterstützung geschickt. Ich schicke auch meinen Helden mit. Der Held, das ist der schöne Unterschied zu den Einheiten hier, der Held levelt. Und deswegen sollte man ihn immer dabei haben, damit er Erfahrungspunkte bekommt. Und so, na dann los. So, wähle deine Truppen, genau. Und hier sehen wir auch, dass das, ja, dieses eine Feld, wo der von mir entfernt ist, das dauert 8 Minuten. In diesem Fall, um 10.29 Uhr kommt er dann an. Je länger ich jetzt hier noch warte mit Verschicken, desto später. Und genau so läuft es auch bei Angriffen ab. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man später in einer Allianz ist und man möchte da getimete Angriffe machen, dann ist das manchmal eine Sekundenarbeit. Das ist richtig krass, wie das zum Teil abgeht. So, also jetzt aber erst mal das Ganze verschicken. So, kein Moment zu spät. Die Räuber greifen schon wieder an. Hoffentlich halten unsere Truppen stand. So, ja, das hoffe ich auch. Ist jetzt natürlich alles ein bisschen schneller gemacht wieder. Die sind jetzt schon da, ne? Kann ich jetzt gucken? Ja, da ist es schon passiert. Wir haben gesiegt. Man hat hier irgendwo auch Angriffsberichte. Die würde ich jetzt eigentlich mal gern einblenden. Du hast das Dorf erfolgreich verteidigt. Deine Stadthalter verfügen über eine Tributskasse. Verteidigst du sie, kannst du dort regelmäßig Rohstoffe abholen. Ach, das ist ja cool. Das ist schick. Leere jetzt die Tributskasse und erhalte wertvolle Rohstoffe. Das hast du dir nach der erfolgreichen Verteidigung deines Stadthalters verdient. Okay. Das ist jetzt auch neu, diese Tributgeschichte mit den Stadthaltern. Dann klicke ich mal darauf. So, Tributsübersicht. Okay, Tribute abholen. Alles klar, jetzt kommt die Lieferung zu uns rüber. Wunderbar. Das können wir natürlich gut gebrauchen. Okay, auf die Lieferung warten. So, jetzt ist sie da. Tribute eingesammelt. Yeah. Gut. Truppen zurückholen. Okay. Die Lage hat sich nun beruhigt. Ziehe die Truppen nun vom Stadthalter zurück. So bist du flexibler und kannst Stadthalter im Falle eines Angriffs auf ihre Dörfer besser verteidigen. Genau. Ich hätte trotzdem gerne mal den Angriffsbericht gesehen, aber den gibt es anscheinend noch nicht. Naja, gut. Mal sieht man da eine schöne Übersicht, wie sie denn gekämpft haben, nicht nur so eine Siegeinblendung. Beim Versammlungsplatz sehen wir, wo alle gerade rumfliegen. Unsere Truppen hier, fleißig haben sie gekämpft, keine Verluste, wie man sieht, die werden wir jetzt wieder zurückziehen. Es ist auch interessant, wenn ich die jetzt bei einem anderen Spieler hätte, dann würden die natürlich bei dem Spieler Getreide fressen und nicht mehr bei mir. Das sollte man auch immer so im Auge haben, weil wenn das Getreide zu Neige geht, dann verhungern die Truppen gnadenlos. So, zurückziehen. Ihr kommt wieder zu mir ins Dorf, da kann ich euch besser gebrauchen. Gut, großartig, du hast jetzt die wichtigsten Dinge erledigt. Wir Dorfbewohner haben aber noch weitere Aufgaben und Belohnungen für dich. Werte Freunde, diese Aufgaben gucken wir uns aber erst im nächsten Part an, den ich wahrscheinlich auch schon morgen bringen werde. Denn, ja, wie gesagt, drei weitere Parts werden noch kommen und vielleicht klappt es ja, registriert euch in den nächsten zwei Parts, dann könnten wir eventuell mal versuchen, gemeinsam uns zu unterstützen oder einen Angriff zu machen oder was weiß ich. Mal gucken, das wird bestimmt interessant. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt hier Let's show Travian Kingdoms. bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.